Einen wunderschönen guten Tag mein Lieben, mein Name ist Ji aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, gestern Abend habe ich ja ein relativ langes Video zum Thema Solid, Solidly hochgeladen, ja, mit sehr, sehr viel Details zu dem neuen Projekt. Okay, und falls ihr euch das Ganze nicht angucken wollt, dann wenigstens die Stelle, ich glaube ab 22. Minute, ja, mit dieser bildlichen Darstellung. Ich werde hierzu vielleicht auch noch ein Update machen, weil heute ist, bis heute, bis heute Morgen, ist wieder eine Woche vorbei, ja, immer einmal die Woche gibt es ja diese Auswertung und Verteilung der Bribes, ja, der Bestechungsgelder, in Anführungsstrich, der Fees und auch die, diese Emission wird ja angepasst, ne, je nachdem wie viel Prozent gelockt sind, das heißt, da werde ich auf jeden Fall ein Update dazu machen, sobald die Zahlen draußen sind. Es ist ja ein sehr neues Projekt, ja, deswegen bitte auch nicht rein, einfach rein ebten, sondern erst versuchen das zu verstehen, wie es funktioniert. So, und wenn ihr euch mit diesem Ablauf, beziehungsweise wie das Protokoll funktioniert, vertraut gemacht habt, dann könnt ihr loslegen und zwar zu der heutigen Folge, ja, es geht um Solidex, Solidex kann man sich so, ja, in ganz abstrakten Sinnen betrachten, wie zum Beispiel das Bifi, ja, für die anderen Protokolle, so eine Art aufgesetzte Schicht auf dem, auf der Solidex, ja, und das nutzt eben diese Konstellation hier, das kann man sich ganz grob vorstellen, wie hier diesen unteren Bereich, ja, das heißt, dieser Bereich, EMM, Solidly, der ist trotzdem noch da, aber das Solidex ersetzt praktisch diese ganze rechte Seite hier, ja, diese Locker und LP Provider, das nimmt das für euch praktisch diese Aufgabe ab, um die maximale Fee und auch die Emission an neuen Solid Token zu bekommen, ja, legen dazu noch ihren eigenen Token, der heißt nämlich 6, lustigerweise, ja, und um nochmal eben die Rendite zu erhöhen, ja, das seht ihr auch, wenn ihr auf diese Dinger hier drauf geht, ne, 374% aus Solid und 183% von Sex selbst, ja, diese Rendite, die sind natürlich nicht beständig, ne, die waren auch schon in tausender Stellen gewesen, mittlerweile 500, ich denke, das wird definitiv noch weiter runtergehen in einen normalen, ja, in Anführungsstrichen normalen Bereich hinein, ist auch sehr davon abhängig, wie die Emissionsanpassung morgen Nacht, ne, das wird einmal die Woche Donnerstag nachts gemacht, ähm, und, ja, das ist die Seite, und, äh, jetzt legen wir los, wie das genau funktioniert, ja, also als erstes, wenn ihr hier auf dieser Seite fahren wollt, statt auf der Solidly Seite selbst, müsst ihr nichts weiter tun, ja, als in dieser, dieser, eines der Pools reingehen, ne, die Token, sondern jetzt Beats oder F-Beats oder in dem Fall LQDR und Wrapped Phantom haben, ne, dann geht ihr auf Manage und dann geht ihr in Zapptis Deposit rein, ja, das ist der einfachste und schnellste Weg, ne, dann gebt ihr hier zum Beispiel ein, euer LQDR, 211 Stück, ja, und gebt hier unten, dann wird euch auch direkt angezeigt, wie viele, ne, paar weiße von dem anderen da sein sollten, ihr könnt zum Beispiel auch hier 10 FTM eingeben, dann wird das andere automatisch für euch ausgerechnet, ihr müsst jetzt approven, dann kommt zweimal Abfrage in eurem Metamask, ja, die ihr dann bestätigen müsst, und, ähm, danach dann einfach auf Deposit, ja, und dann ist es komplett fertig, ja, dann erscheint eure Position schon hier. Der etwas komplizierteren Weg, den ich selbst gegangen bin, ist über Solidly, ja, dieser Weg hat natürlich den Vorteil, ihr könnt praktisch mittendrin entscheiden, ob ihr doch auf Solidly, ne, farmen wollt oder ob ihr auf Solidex fahren wollt, denn Solidex bedeutet auch eine zusätzliche Schicht Sicherheitsrisiko, ja, und hier habt ihr auch den Thread von Jack Newwood, das ist ein, ähm, ähm, pfiffiges Kärlchen, ja, kann man definitiv folgen, äh, der hat erklärt, und zwar vor einer Woche war das schon, als das gerade alles losging, äh, dass nämlich auch schon Fehler gab, ja, auf der Solidly, äh, jetzt kein Fehler, wodurch Fonds verloren gegangen sind, aber es gab einen Votingfehler, wodurch dann einige Pools nichts abbekommen haben, ja, von den, äh, Rewards, und andere Pools viel zu viele Solid, ja, und, äh, mittlerweile hat sich dadurch auch tatsächlich neue politischen Strömungen, wenn man es überhaupt politisch nennen kann, ja, in dem Phantom System gebildet, dass zum Beispiel, ich glaube, entweder das Vivi, also VDAO und ZeroXDAO, die haben sich jetzt, äh, angepartnert, ja, haben wir halt vorher gesagt, die machen keine Partnerschaften, jetzt gehen die wohl doch Partnerschaften ein, weil, ne, der eine von den beiden viel zu viele Token abgekriegt hat, irgendwie 10 Millionen oder so, und, äh, das sind zum Beispiel, ne, diese Sachen, die soll mein Hinterkopf behalten. Ich werde vermutlich auch, ähm, demnächst meine Position hier reduzieren, ähm, um die Hälfte, vermutlich, und, äh, dann die, die andere Hälfte zurück auf der Solidly-Seite selbst, ne, ihr könnt ja auch hier ganz normal anlegen, ohne diese zusätzliche Schicht. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Punkten, wie das aufgebaut ist insgesamt, ja, ihr kennt ja das Prinzip, ne, Solidly, wie ich hier erklärt habe, ja, ja, ihr müsst halt den Solid-Token, den ihr entweder kauft, äh, oder gefarmt habt, locken, ja, ja, und da durch Voten, durch das Voten bekommt ihr eben diese Fees, ja, die aus dem Protokoll entstammt, und zusätzlich durch die Pay-Providing, also, ne, das Geld hinterlegen, bekommt ihr halt die Solid-Emission, ja. Auf der Seite von Solid-Decks bekommt ihr praktisch 1 zu 1 weitergereicht mit einer geringen Gebühr, die Solid, ja, die ist nicht zu 100%, aber zu fast 100% bekommt ihr die Solid auch aus der Plattform, ihr bekommt die Fees, ja, mitten hier reingepackt in den Pools, und ihr bekommt zusätzlich von denen ihr eigenen Token, ne, der heißt 6-Token, der ist an der Stelle genauso wie der Solid-Token selbst komplett flüssig, ja, den könnt ihr halt traden, auf, also swappen, ne, gegen anderen Coins, gegen UST, gegen irgendwas, und, ähm, das ist der Prinzip, ja, das heißt, wie bei Curve und Convex, Convex ist an der Stelle wie bei Solid-Decks, und Curve ist an der Stelle wie Solid-Deck, ja, das ist das Prinzip, ähm, wie man die Pools aufgebaut, habe ich euch ja gerade gezeigt, und, ähm, dann gibt es natürlich noch zusätzlichen 2 Token, das war ein bisschen verwirrend, ja, bis man es natürlich einmal durchgeschaut hat, ist eigentlich ganz einfach, also, wir haben hier 6 und Solid, ne, ne, das sind natürlich die 2 Basis-Token von, von der Plattform Solid-Decks und von der Plattform Solidly, so, und dann gibt es hier einen Pool auch von denen selbst, der heißt Solid-Sex gegen Solid, und wenn man sich da fragt, was ist, was ist da jetzt los, ja, der Solid-Sex, was ist das für ein Token? Der Solid-Sex-Token ist wie der, wie Solid-Token, ne, wie Solid-Token ist ja der nicht flüssige NFT-Token von der Solidly-Plattform, ne, den könnt ihr ja nicht verkaufen, dieser wie, sondern die könnt ihr nur auf, ähm, auf der Paint-Swap-Seite zum Beispiel, ja, wie, wie eine NFT-Plattform zum Verkauf anbieten, ne, ihr seht ja hier, das sind alles NFTs, die man da kaufen kann, weil, ihr könnt die Dinger nämlich, bevor ihre Zeit abgelaufen sind, nicht zurücktauschen gegen die Solid. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ja, ob das ein, zwei, vier Jahre sind, dann können die wieder verflüssigt werden, so an der Stelle, ansonsten sind die vorher eben nicht flüssig, ja, und, ähm, der Solid-Sex ist praktisch 1 zu 1, ne, das gleiche, denn ihr könnt hier, dieser Prozess ist irreversibel, ja, steht auch explizit hier, bevor ihr also, ne, euer solide Sex euch holt, ja, überlegt euch, ob ihr nicht einfach nur beim Sex bleiben wollt, ja, so viel Sex in einem Video, also, ne, solide Sex ist nicht zurücktauschbar gegen normale Sex, ja, und, ähm, ihr könnt also den Solid-Token, den ihr gefarmt habt, ne, den könnt ihr auf Solidly oder irgendwo verkaufen, oder den könnt ihr auch hier, ne, in Solid-Sex konvertieren, aber ihr könnt auch, wenn ihr bereits Solid-Token besitzt, also Solid-NFT-Tokens, ne, wie ich, ich hab ja 51 Solid in Solid-NFTs umgewandelt, die könnt ihr auch hier gegen den Solid-Sex-Token bekommen, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, die wollen eben so viel Macht akkumulieren, wie es geht, ja, über die Solid-Seite, um dort Voting zu können, ne, wenn die, wenn die eure Solid-Token abnehmen, ne, werden die dann an der Stelle in, auch nichts anderes als in Solid-NFTs konvertiert, ja, und in ihre eigenen, praktisch, Schatztruhe gelegt, um damit dann später voten zu können und die geben euch dafür ihren eigenen Solid-Sex, das ist auch ein, das ist kein NFT, sondern das ist ein Token, ja, den könnt ihr halt hier staken und diesen Token könnt ihr praktisch auch weitergeben, aber den könnt ihr halt auch nicht traden, ne, das ist der Punkt, weil es dafür eben keine, ähm, ja, Möglichkeit gibt. Und auch Solid, ja, Solid und den EFTs, die könnt ihr hier praktisch abgeben an die Plattformen und, äh, diese Solid-Sex, ne, den könnt ihr entweder hier ganz normal einfach reinpacken, ja, staken und bekommt da drauf 602, 90% oder die Alternative ist eben den, hier in diesen Pool hier reinpacken, Solid-Sex gegen Solid, ja, und bekommt dafür, äh, hat er wieder die Verbindung verloren, und bekommt ihr dafür eben 1500%, ja, theoretisch sollte der Solid-Sex, ähm, vom Preis her ziemlich stabil werden, äh, nicht werden, ne, wie nicht wie Stablecoin, sondern stabil wie Solid, ja, weil, ne, ihr seht ja hier, ihr konvertiert immer Solid, bzw. Solid-NFT in den Solid-Sex, ja, das heißt theoretisch, aber, das Problem ist natürlich, diese NFTs, die sind nicht flüssig, ja, wenn die flüssig wären, dann wäre natürlich der Preis, kann man davon ausgehen, dass es ziemlich gleich, ne, sich bewegt wie der Solid, ähm, Preis, aber, weil es eben nicht flüssig ist, kann es definitiv sein, dass der Solid-Sex-Token vom Preis her weit davon abweicht, wie der Solid-Token selbst ist, ja, das heißt, hier bitte alle mit Vorsicht genießen. Dann gibt es noch ein letzter Token, der ist nicht wirklich von großer Bedeutung, wenn ihr wollt, natürlich könnt ihr ihn euch auch holen, das ist einfach der VL-Sex, ja, Vote-Locked-Sex, ne, das heißt, ihr könnt, wenn ihr den Sext-Token gefarmt habt, könnt ihr hier hingehen, ihr könnt den locken, und dann könnt ihr hier mitbestimmen, also abvoten, ja, wohin bei dem nächsten, ähm, Zyklus dieser Rendite, ja, hingehen soll, ne, das ist das Prinzip dahinter, das heißt, die, also für mich persönlich, ja, werde ich einfach diese Token, die Sext-Token dumpen, sobald es da ist, ja, gegen, entweder gegen Solid selbst, oder gegen, sorry, gegen, äh, FTM, ja, gegen den Chain-Token, weil, ne, je weiter man höher ist, also, das heißt höher, je weiter man in der Hierarchie praktisch, ne, weiter an der Wurzel ist, an der Stelle eben L1, diese Chain-Token, desto geringer ist das Risiko, ja, ja, klar, man hat ein wenig Potenzial, was dem Wachstum nach oben geht, aber, ne, man sollte nicht immer die höchsten Rendite hinterher jagen, sondern, sobald man natürlich, ne, aus solchen Pools Gewinn eingefahren hat, ja, diese wieder auch realisieren, ja, und, äh, in etwas Stabileren packen, ne, ich werde vermutlich alles, was ich hier habe, ähm, auch inklusive die Solid-Token in die, ähm, in FTM zurückwandeln, oder in, äh, in Stablecoin, je nachdem, weil wir haben noch turbulente Wochen vor uns, ja, das weiß man nicht, wohin die Reise geht, das ist so im Großen und Ganzen schon die Seite gewesen, ja, wenn ihr, sag ich mal, an der Stelle über Solidly gehen wollt, und die Liquidität aufbauen wollt, dann funktioniert es ein bisschen anders, nämlich, ne, ihr packt hier die, die Coins rein, ja, drückt dann auf, ähm, auf Deposit, ja, und wenn ihr die Advanced, diesen Advanced-Button nicht eingeschaltet habt, ja, dann ist es so, dann fehlen diese zwei Button, dann klickt ihr hier drauf, und dann bekommt ihr in MetaMask vier oder fünf, ähm, Abfragen hintereinander, ja, die ihr dann hintereinander bestätigen müsst beim Aktivitäten, und, äh, wenn ihr nicht drauf aufpasst, ja, bestätigt ihr halt alle vier oder fünf und dann ist euer Liquiditätspaar hier auf der Seite von Solidly selbst, ähm, hinterlegt, ja, und dann könnt ihr auch nicht mehr auf Solidex gehen, deswegen, wenn ihr über die Solidly-Seite geht, dann auf Liquidität, ne, auf Liquidität hinzufügen, die Token reinschreiben und das Advanced einschalten, das ist ganz wichtig, ja, also fortgeschritten, und dann drückt ihr, also, ne, auf Deposit LP, ne, Deposit und Stake, nein, nur Deposit LP, genau, dann wird nämlich nur euer Geld, also diese zwei Token in den, äh, Liquiditätspaar hineingepackt, aber nicht auf der Seite Solidly gestaked, um zu farmen, ja, wenn das abgelaufen ist, das sind auch zwei, drei Transaktionen, dann könnt ihr mit dem Liquiditätspaar, welches ihr dort erstellt habt, hier auf der Seite Solidly das hinterlegen, ja, ähm, ja, das war's auch schon, im Großen und Ganzen gewesen, Solidex als Aggregator, mehr oder weniger, oder als zusätzliche, äh, Farming-Schicht über der Solidly, da gibt's auch noch andere Projekte, werde ich, äh, in Kürze auch noch vorstellen, ähm, die ich im Sinne hab, und auch insgesamt, ja, diese, diese Kräfte spielen, die aktuell unterwegs sind, um das Solidly-Projekt, das ist ein sehr großes Projekt, das ist plötzlich geworden, äh, über Nacht mehr oder weniger, und da spielen sehr viele, ähm, ja, gegeneinander, miteinander, oder konkurrierend, ähm, und man weiß zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nicht, wohin die Reise insgesamt gehen wird, nur, dass es da, dass es ein sehr, sehr spannendes Projekt ist, und mit, äh, mit sehr vielen, ja, und durchs, nicht ganz klar durchschaubaren Kräften, ja, die am Spiel sind. Und, ja, definitiv, äh, wieder richtig spannend, äh, hier unterwegs zu sein. Das war's auch schon, ne, kurze Vorstellung von SolidX, Sex, Solid Sex, und, äh, was noch alles da mit verbunden ist. Das war's von mir, mein Name ist G, aus dem Crypto Café, ciao, ciao. Das war's von mir, mein Name ist G, aus dem, was noch alles da mit verbunden ist,